Ja, also überragend, vielen Dank, vielen Dank, also absolut überragend, hätte ich nie mit gerechnet. Und dann habe ich einfach weiter aufgelassen. Teilweise fühlte ich mich wie Garzweiler, wo überall die Braunkohlebagger am Baggern sind und du als letzte Institution deinen Kiosk da verteidigst. Aber nichtsdestotrotz, es hat ja bis jetzt funktioniert, also deswegen ist alles gut, also soweit, vielen Dank für alles. Vielen Dank.